Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Das Christkind. Der Wunsch hätte es abgeholt. Das darf man nicht sehen. Und das haut dann ab. Nein! Das kam aus der Tür geflogen, dann habe ich mich versteckt und habe das gesehen. Der Engel, aber im Kindergarten war der Engel, aber ohne Flügel. Meine Oma hat auch schon mal das Christkind gesehen. Mama, Papa, Oma, Opam und Till und ich. Und Admi hat ein paar Bambams bei ihren Bäumen. Und natürlich ein kleinen Baum steht in ihrem Sohnzimmer. Weihnachtskugeln. Ein Stern da oben dran an der Spitze. Und wir bauen Jesus auf. Und wir machen das Wasser an. So, das Wasser, ne? Da ist, dann kommt da so ein Wasserfall, ne? Und dann kommt das in so ein Decker. Und da kommt Feuer. Ich weiß es nicht. Bei mir gibt's quasi Hamburger. Kuchen. Eine Weihnachtstorte. Maffin. Plättchen. Plättchen. Und noch, wenn der Esel kommt, ohne der Nikolaus, noch Plättchen für den Rittier. Ja, da kommt es mir aus. Ja, da kommt es mir aus. Bis zum nächsten Mal! Von Bomber. Töke, wie bei der Kramfer. Und du kannst da? Töke, wie bei der Kramfer! Wie bei der Kramferot? Vielen Dank.